Ah, nein, nein. Oh, Truppen. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab doch nur einen Axtkämpfer, mehr nicht. Ich erkundige trotzdem mal dein Land. Ich greife nichts an, ich erkundige. Oh, Bogen! Bogen! Jetzt hab ich gerade errichtet, mit dem bisschen etwas, was ich habe. Meinst du nicht, dass es im Mittel zu weit geht? Nein. Schau doch mal deine Bogenschütze. Aber den Haufen zerstöre ich. Den Haufen kannst du nicht leiden. Ich brauch ihn eh nicht. Okay, dann lass ihn mal sterben. Weißt du was? Ich gönne dir den Sieg, nicht, dass du ihn zerstörst. Siehst du? Ich habe ihn selber entfährt. Haha. Ich gönne dir das nicht. Ha, Taro. Okay, danke schön. Äh, Moment, ey. Moment, vom Bogen schützen wir keine Rede. Hey, 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 ich darf entwickeln, was ich will. Ja, ja, das werden wir sehen. Ich füll gleich mal mein Zertrumpf raus. Na, gut. Gut. Den Turm. Äh, Bogenschutz und Ding. Du bist tot. Ey, woher hast du all diese Bogen schützen, oh Herr? Bei mir ist hier gar nichts. Keine Nahrung. Von meinem Lager. Ja. Wie hast du sie in der Zeit so schön entwickelt? Ich habe halt meine eigene Strategie. So, das ist tot. Ha, tot so. Scheiße, einer muss dran gestern. Na, hole ich die Mahl-Halt aus dem Hinterlager wieder her. Oh, Mann. Von den Punkten her bist du mir jetzt weit überlegen. Ach, scheiße. Ey. Ich kann gar... Ja, da könnte es rot sein, ne? Ich kann gar nichts mehr machen. Moment, ich probiere jetzt was. Ich wette, ich werde dabei gestört. Das könnte knapp werden. Ah, es klappt noch. Okay. Ach, doch nicht, ey. Ey, das ist mein letzter Mann. Scheiße. Alter. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich lass... Ich kann dir ein paar Steine... Ne, doch, ich... Die Steine lass ich dir, okay? Ja, wie denn? Aber du musst halt nur auf meinen Turm aufpassen. Für Steine brauche ich Dorfbewohner. Und für Dorfbewohner braucht man Nahrung. Und für Dorfbewohner? Für Dorfbewohner... Ach, komm. Du liebst es mich zu quälen, merke ich gerade. Machst mich Lieder, aber du streckst... Du bringst es nicht zu Ende, verdammt. Ey. Ja, das ist halt... Ne, ich will hier mal auch ein bisschen fair sein. Die paar Steine kannst du dir lassen. Hättest du vor deinem Angriff dir besser überlegen sollen? Das mit den Steinen. Ich? Ja, dann hätte ich jetzt... Ich? Dann hätte ich drei Dorfbewohner mehr. Jetzt sind sie weg wegen dir. Du kannst... Aber ich hab dir 200 Nahrung gemacht. Da kannst du mehr... Da kannst du vier Dorfbewohner machen. Also. Ey, ey, ey. Das ist so scheiße bei mir. Keine Nahrungsquelle. Außer ein Elefanten und der killt. Hallo, hast du... Hast du... Hast du... Hast du... Mark? Ja. Aber... Na, da kannst du dir doch... einen Bauernhof bauen. Dafür fehlt mir wieder Holz. Mehr hab ich nicht. Okay. Warte, dann. Nicht leicht mit mir, Herr. Nicht leicht mit mir. Werden wir ja sehen. Ob ich's mit dir leicht haben werde oder nicht. Okay. Ha. Ich hör mal ne kleine Gruppe hier vor. Nicht zu mir. Ah, steine Männer. Aber solange sie in mein Dorf nicht einmarschieren, ist es gut. Ey. Ja, ne... Keine Beobachtungstürme. Ah, du brauchst ihn doch hinten weiter. Was soll denn das? Was reparieren? Ey, Dorfzentrum reparieren wird wohl erlaubt sein. Scheiße. Ja, okay. Aber ist doch voll. Ist doch voll. Ähm, in Age of Empires 1 gibt's noch nicht die Funktion, dass man alle ins Dorfzentrum reinlaufen. Ne. Scheiße. Soll ich dir den Turm lassen? Soll ich dir den Turm lassen? Ja. Dringend. Oh mein Gott, ey. Weil ich so nett bin. Wenn ich gewusst hatte, worauf ich mich hier einlasse. Weil ich so nett bin. Wenn ich nur gewusst hatte, worauf ich mich hier einlasse. Jetzt sind wir auch noch überlebt. Ja, genau. Ach ja. Ja. Okay. Soll ich dir den Turm lassen? Ja. 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 Soll ich dir den Turm lassen? Ja. Soll ich dir den Turm lassen? Ja. Soll ich dir den Turm lassen?